Das ist unser von Müller Gymnasium, wo noch das Herz zu Hause ist. Wer war eigentlich dieser Georg Friedrich von Müller? 1843. Georg Friedrich Ritter von Müller hat ein tief gefühltes Bedürfnis für eine Erziehungs- und Unterrichtsanstalt für die weibliche Jugend. Schon damals lag Herrn von Müller die Bildung der Schülerinnen am Herzen. Heute haben wir das auch noch. Und nicht nur mehr für Schülerinnen. Das sagen Schüler heute zum VMG. Warum hast du dich damals für das VMG entschieden? Weil ich mich seit dem ersten Tag, wo ich hier war, wohlverstanden gefühlt habe. Zweckste guten Ausstattung und auch den musischen Zweig. Ich, wo ich jeden Tag der offenen Tür, wo ich da war, habe ich das VMG total sympathisch verbunden. Ziemlich moderne Schule mit Whiteboards in den Klassenzimmern und alles schaut ein bisschen futuristisch aus. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt irgendwie allen anpassen, sondern es könnte einfach so sein, wie ich bin. Was gefällt dir am VMG? Das Schulhaus und die Gemeinschaft. Der Zusammenhalt und dass wir alle füreinander da sind. Das musikalische Zusammenleben. Die gute Zusammenarbeit zwischen Lehrer, Schüler und auch Eltern, dass da immer offen kommuniziert wird. Am allerbesten gefällt mir unsere Schülerschaft und das Lehrerkollegium. Das finde ich insgesamt einfach nur toll. Das wusste ich auch kurz gedacht. Kann man irgendwie Cut machen? Dass die Schule so freundlich ist und wenn man reinkommt, fühlt man sich gleich wie zu Hause. Was ist für dich das Besonderanfallengeben? Besonders finde ich, dass wir auch den Lesesaal haben, den Studiersaal, wo wir jetzt auch mal ausruhen können, wenn es zu viel wird. Die Tatsache, dass bei uns sehr große Werte auf Gemeinsamkeit gelegt wird. Auf gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsames Lernen, gemeinsam Neues entdecken. Wir sind eine Gemeinschaft. Einfach dieses offene Miteinander. So dass man jeden Lehrer kennt, jeder Lehrer kennt einen selbst und es ist eigentlich ein ziemlich familiäres Verhältnis, vor allem eben umso länger man an der Schule ist. Das Vmg in einem Wort. Eine Gemeinschaft. Vielseitig. Vertrauen. Freundlich, offen und modern. Herrn Müller würde das freuen.